Die Gruppe ist jetzt angekommen und sitzt gerade beim Essen und wir freuen uns, dass alle Wohlbehalten angekommen sind. Ja, es gibt ganz leckeres Essen und jetzt geht es aber auch gleich zum Schlafen, weil der lange Flug und die lange Reise, jeder ist müde und freut sich schon auf morgen. Keiner hat noch die Umgebung gesehen und morgen gibt es eine richtige Überraschung beim Frühstück, wenn jeder das ganze Panorama sieht und die schöne Wüste ist wirklich schön, diese Wüste. Dann bis bald. Ja, und auch wir freuen uns auf morgen. Bis bald.